Herzlich willkommen bei der Allianz Swiss Generalagentur Gerhard Vogt. Mit Standorten in Lachen, Rapperswiljona und Glarus. Privatkunden und Unternehmen in der ganzen Region vertrauen und bauen auf uns. Eine Versicherung hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Die persönliche und direkte Beziehung zu der Allianz ist uns sehr wichtig. Wir hier als Glarus fühlen uns sehr gut aufgehoben bei der Allianz Glarus. Unsere Berater stehen wann immer notwendig in Kontakt mit unseren Versicherten und kennen ihre Bedürfnisse persönlich. Durch die komplexen Aufgaben, die wir bei uns auf der Hensa Werft zu lösen haben, haben wir im Zusammenhang mit der Allianz Swiss, mit der Agentur von Gerhard Vogt, eine optimale Lösung gefunden. So, dass wir das zur besten Zufriedenheit umsetzen können. Die Berater der Allianz Swiss arbeiten lösungsorientiert und gehen optimal auf die Wünsche der Versicherten ein. Klare Antworten auf komplexe Versicherungsfragen. Das ist das, was ich brauchen und will. Die Agentur Gerhard Vogt hat für mich ein ideales Versicherungskonzept entwickelt. Durch die langjährige Geschäftsbeziehung hat sich auch ein gutes Vertrauen entwickeln können. Wir haben die richtige Lösung. Auch für Sie. Mit Sicherheit. Wünsche. Wenn Esaris Spannung im Knowledge. Wir haben eine neue Möglichkeit mitilly == Töcher Mö september